Der Countdown läuft. Es sind noch ein paar Tage bis zum Pokalspiel gegen Schalke 04. Wir freuen uns sehr, dass wir einen Spieler der SGD hier zu Gast haben, Nils Teixeira. Nils, herzlich willkommen hier in den Heiligen Hallen von Radio Dresden. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Du bist ja jetzt eigentlich quasi auch ein Entertainer. Ich muss mal vielleicht ganz kurz erzählen, ich habe euer Video bei Dynamo TV gesehen mit dir und Benni Kirsten. Da habe ich mich gefragt, wann machen die beiden ihre erste Fernsehsendung? Ja, wenn das Angebot mal kommen sollte, kann man es gerne nochmal hinsetzen. Klar, aber nein, es war eigentlich alles spontan. Also wir haben selbst nicht damit gerechnet, dass es so lustig wird. Das waren alles. Wir haben uns gegenseitig, glaube ich, ein bisschen hochgespielt, hochgetangelt. Das war echt schön, hat riesen Spaß gemacht. Ich glaube, unsere Presseabteilung hat viel mit Schneiden zu tun gehabt, weil da waren diverse Sachen dabei, die konnte man nicht so einfach ohne FSK ausstrahlen. Dann fragen wir uns natürlich, wann kommen die Outcuts? Also wann kommen die Dinger, die da bis jetzt noch nicht gezeigt wurden? Ja, da solltest du vielleicht eine E-Mail oder eine kurze Nachricht an unseren Pressensprecher. Wäre eine Option auf jeden Fall, Verkaufsschlager. Ja, definitiv. Der eine oder andere wird vielleicht jetzt schon die erste E-Mail schreiben. Hast du übrigens dann die Erwählte vom Bachelor noch angeschrieben? Weil das war ja auch so ein Thema. Ich nehme darauf jetzt nochmal ganz kurz Bezug, weil das wurde ja da angesprochen. Nee, also angeschrieben habe ich sie nicht. Mir wurde, aber es ist ganz witzig, mir wurde ihre Seite, ihr Link geschickt per Facebook, dass ich mich mal melden kann. Und ich habe noch irgendwie einen Ausschnitt gelesen, sie wurde angeschrieben, glaube ich, von jemandem, dass ich das Video mal anschauen soll. Und das hat sie auch getan und fand es auch witzig. Das fand ich sehr sympathisch. Eigentlich finde ich so die ganzen RTL-Leute und sowas, finde ich, sind jetzt nicht so mein Fall. Aber fand ich echt sympathisch, glaube ich. Du bist Suchender, oder? Was jetzt das Leben, du bist Single, sagen wir es mal so. Ich habe gelesen, Freundin zwischen 18 und 45. Mein Gott, da wird sich doch wohl jemand finden lassen. Ich merke schon, das verfolgt mich. Das war natürlich nur Spaß. Das sollte für die Hotelgäste drumherum, das haben wir am Hotel besprochen gehabt, das sollte für die Hotelgäste drumherum ein kleiner Spaß sein und kam auch gut an. Aber ich wusste nicht, dass die Zeitungsleute das so ernst nehmen und auch noch reinschreiben. So war es natürlich nicht gemeint. Was heißt Suchender? Single bin ich, klar, das stimmt. Aber ich bin nicht unbedingt suchend oder sowas. Ich bin eher der Freund davon, wenn es passiert, passiert es. Und so lebe ich einfach. Sehr schön. Dann bist du dann im Haushalt sicherlich als Single-Mann, Wäsche waschen und so, alles kein Problem. Oder hast du unterstützende Hilfe? Nein, unterstützende Hilfe habe ich nicht. Kein Problem würde ich jetzt nicht sagen. Bügel? Kann ich, klar. Das ist daran sehr schwer. Muss man können. Ich wohne ja schon ein paar Jahre alleine. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch wie für jede Hausfrau. Keine Sache, die man mit Spaß und Freude macht. Aber es sind einfach Pflichten, die auf einen zukommen und die mache ich halt. Jetzt machen wir mal die brutale Moderatorenübergabe. Wie bügelt ihr denn am Montagabend Schalke 04? Gute Überleitung, Kompliment. Habe ich lange darüber nachgedacht. Das merke ich. Hat dich eine Woche beschäftigt. Ja, ja. Nee, ist top. Danke. Ja, wie bügeln die? Also das werden wir alles noch im Einzelnen besprechen. Ich glaube, jeder Spieler weiß, was auf einen zukommt. Ist ein bisschen die Haarspitzen motiviert, sofern er Haare hat. Und ich glaube, über Motivation oder sowas brauchen wir gar nicht reden. Das hat jeder. Das Einzige, was jetzt noch kommt. Und das kommt halt vom Trainer. Das sind ja die ganzen taktischen Sachen. Und auf jeden Spieler wird nochmal eingegangen. Aber ich glaube, die meisten kennen die ganzen ja schon aus dem Fernsehen. Und verfolgt Schalke in der Liga. Deswegen glaube ich nicht, dass es einen Spieler bei uns gibt, der die Mannschaft nicht kennt. Muss man da vielleicht als Trainer sogar ein bisschen bremsen, dass ihr nicht wie die Rennpferde rausgeht und gleich in der ersten Viertelstunde alles überrennen wollt und da vielleicht auch die defensiven Aufgaben so ein bisschen vergesst? Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen. Nicht, dass da niemand ausbricht und den Wilden spielt oder sowas. Insofern das jetzt nicht unsere Taktik sein sollte, irgendwo draufzustürmen wie die Verrückten. Und das wird ganz wichtig sein. Aber wir haben ja erfahrene Leute unter uns, die ein bisschen was erlebt haben und auch solche Spiele kennen. Und ich glaube, dass wir da schon die richtige Einstellung finden. Dynamo kann Pokalsensation. Das hat man hier gezeigt. 2011 hat man Leverkusen rausgekriegelt. 0 zu 3 hat man hinten gelegen. Dann 4 zu 3 gewonnen. Von der Mannschaft sind sie jetzt zwar nicht mehr ganz so viele da. Aber dieses spezielle Pokalfeeling, das wabert hier natürlich in Dresden. Und so Montagabend der Flutlichtstimmung ist dann auch immer etwas Besonderes, oder? Definitiv. Montagabendspiele sind wirklich was Besonderes. Allgemeinabendspiele. Da herrscht eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre im Stadion. Das ist ein Gänsehautfeeling. Und das ist das, was jeder Spieler will und sich wünscht. Sensation. Ich denke, jede, in Anführungsstrichen, kleinere Mannschaft, was jetzt den Ligaunterschied angeht, ich glaube, vom Verein an sich ist Dresden, glaube ich, gleichwertig, würde ich sogar sagen. Aber was jetzt den Ligaunterschied angeht, kann jeder kleinere Verein für eine Sensation sorgen. Ich habe es ja selbst einmal erleben dürfen, als ich noch bei Offenbach gespielt habe. Es ist etwas ganz, ganz Schönes und etwas, was jeder, glaube ich, seinen Enkeln gerne mal erzählen will. Deswegen wird jeder motiviert sein. Und jeder Zuschauer, nicht nur die Fans im K-Block, sollte animiert sein, euch nach Kräften zu unterstützen gegen S04. Die sind natürlich auch eine tolle Stimmung, gewohnt in ihrer Arena. Aber hier in Dresden, das ist immer noch mal was Spezielles. Ja, definitiv. Ich habe es jetzt die letzten Monate erleben dürfen. Wie du weißt, komme ich von FS4 Frankfurt, einem kleineren Verein. Das soll jetzt gar nicht heißen, dass die Fans jetzt schlecht sind oder sowas. Die sind auch enthusiastisch. Aber die Kapazität ist halt nicht so, wie jetzt in Dresden. Der Support ist halt nicht so groß. Die Masse ist nicht da. Und ich liebe das. Es ist echt ein geiles Gefühl, im Stadion zu spielen. Und es pusht einen sehr in den letzten Minuten vor allem noch mal. Irgendwie, wenn da noch mal Stimmung aufkommt, dann spürt man selber, wie die letzten Prozente noch mal rausgeholt werden. Und wie da noch mal irgendwie um den letzten Ball gekämpft wird und das Ding noch mal von der Linie gekratzt wird oder sowas. Und das ist immer wieder eine Ehre, da so gepusht werden zu dürfen. Und ich hoffe, das geht so weiter. Dafür sind wir auf dem Platz. Wir versuchen, die alle mitzureißen mit unserer Einstellung. Und das hat jetzt in den letzten Spielen geklappt. Und ich hoffe, das geht auch so weiter. Der Montagabend wird hoffentlich richtig toll werden. Euer Saisonstart ist auf jeden Fall richtig gelungen. Vier Spiele, drei Siege, ein Unentschieden, zehn Punkte, Tabellenplatz zwei. Hättet ihr selbst damit gerechnet, dass ihr so glatt in die neue Drittliga-Saison startet? Also ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich mit so einem Start nicht gerechnet habe zu Beginn der Saison. Dadurch, dass wir so viele neue Spieler sind und auch alle aus verschiedenen Klassen kommen. Aber da hat der Verein sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Wir sind alle sehr, sehr gute Charaktere. Wir passen sehr gut zusammen. Wir haben uns von vornherein alle gut verstanden. Und es ging relativ schnell. Wir sind sehr, sehr schnell zu einer Einheit gewachsen. Auch die vermeintlich, die ein bisschen hinten dran stehen, denke ich, fühlen sich sehr wohl bei uns. Wir sind eine sehr offene Mannschaft. Jeder, der neu ist, ist auch herzlich willkommen. Und das hat jetzt auch ein bisschen diesen Start herbeigeführt. Also wir sind eine Mannschaft, die unten echt jedes Mal an unsere Grenzen geht. Jeder für einen da ist. Und wir wollen einfach leidenschaftlichen Fußball zeigen, die Zuschauer wieder mitreißen. Und wir wollen einfach, dass wieder Zuschauer ins Stadion kommen wollen. Und die letzten Jahre ein bisschen vergessen machen. Das ist nicht nur besprochener Teamgeist, nach außen hin irgendwie getragen, sondern das ist bei euch auch gelebter Teamgeist, habe ich den Eindruck. Ja, definitiv. Also das spielt man jeden Tag bei uns. Da geht es immer zur Sache. Und wir sind immer hoch motiviert im Training. Wir haben auch Spaß zusammen. Wir machen auch außerhalb der Trainingszeiten was zusammen. Und das ist echt eine eingeschworene Einheit. Auf jeden Fall. Und trotzdem bist du einer, der auch immer wieder in den letzten Tagen, Wochen als Mahner auftritt. Du hast immer wieder angesprochen, Jungs, die zweite Halbzeit, die war noch nicht so optimal. Ihr habt ja immer ein bisschen in der zweiten Halbzeit die Gegentore kassiert. In der zweiten Halbzeit lief es dann nach einer hervorragenden ersten Halbzeit nicht immer ganz so gut. Darauf hast du immer wieder aufmerksam gemacht, quasi den Finger in die Wunde gelegt. Ja, ich denke, ich habe schon ein bisschen was erlebt im Fußball. Und ich weiß, wie so eine Saison laufen kann. Ich habe so eine Saison auch mal erlebt, dass man in der Winterpause mit einem riesigen Vorsprung erster war. Und dann im Endeffekt ist man als Siebter in die Sommerpause gegangen. Das will ich einfach nicht nochmal erleben. Ich will einfach, dass die Mannschaft konstant auf einem guten Niveau spielt. Und da gehören einfach solche Sachen wie die zweite Halbzeit, die die letzten Spiele halt nicht so gut war, einfach auch dazu. Das sind Sachen, an denen wir arbeiten müssen. Wir wollen nicht, dass ältere Herren in den Zuschauerblöcken einen Herzenfakt kriegen, nur weil wieder der Ball an die Latte geköpft wird oder sowas in den letzten Minuten. Das sind Sachen, die kann man vermeiden. Und daran arbeiten wir auch. Dessen sind wir bewusst. Und ich denke, das kriegen wir auch alles noch in den Griff. Also es ist ein ganz, ganz krasses Thema bei uns, an dem wir arbeiten. Bist du quasi der Philipp Lahm von Dynamo? Weil du kannst ja hinten links, hinten rechts spielen und auch defensives Mittelfeld. Also flexibel einsetzbar. Und natürlich jetzt auch eine Alternative, wo Marco Hartmann sich verletzt hat und die nächsten Wochen erstmal ausfallen wird. Ja, Philipp Lahm. Ist aber auf jeden Fall eins deiner Vorbilder gewesen, oder? Ja, er hat immer so dieselben Positionen gespielt wie ich. Klar nimmt man sich dann teilweise den als Vorbild. Allerdings jetzt nicht vom Äußeren oder so. Nein, Quatsch. Nee, ich bin flexibel einsetzbar. Das steht außer Frage. Ich bin für alles offen quasi. Und wenn der Trainer sagt, du sollst da spielen und du hilfst der Mannschaft da am besten weiter, dann übernehme ich das gerne. Klar, und jetzt mit Hartmann haben wir natürlich einen bitteren Ausfall. Das tut mir auch sehr, sehr leid. Das Glück im Unglück ist jetzt noch nicht so dramatisch, wie es vorher schien. Das freut mich sehr. Und er ist sehr, sehr professionell. Ich denke, er wird so schnell wie möglich wieder fit sein und wieder da sein, weil er ein ganz, ganz wichtiger Part ist auch bei uns. Das hat man gesehen mit seiner Präsenz im Mittelfeld. Aber ich denke, wir haben Christian Fiel kommen wieder zurück. Hat jetzt gestern im Testspiel einen guten Eindruck hinterlassen. Er ist körperlich fit. Und der Trainer hat ein paar Optionen. Und ich denke, wir werden irgendwie schon die Richtige finden, auf jeden Fall. Eines deiner Vorbilder, Xavi gewesen oder immer noch? Immer noch, definitiv. Also das wird sich auch nicht so schnell ändern, weil er einfach, wie soll ich sagen, er ist einfach der General auf dem Platz. Also er ist der, der das Tempo bestimmt. Und das in einer Mannschaft, die einfach faszinierenden Fußball spielt, einfach immer auf dem Top-Niveau. Und dort einfach der bestimmende Mann zu sein, der einfach das Tempo reguliert. Und das hat mich immer fasziniert. Und diese Ruhe, die er am Ball ausstrahlt, die Souveränität. Das ist etwas, was ich versuche auch anzustreben. Gelingt mir jetzt nicht so, wie er es macht. Aber ich habe ja noch ein paar Jahre, um Fortschritte zu machen. Du hast ja gerade in der Jugendzeit eine tolle Entwicklung gemacht. Du hast in allen U-Nationalmannschaften, in fast allen U-Nationalmannschaften gespielt. Bist du manchmal ein bisschen traurig? Denkst du darüber nach, naja, für die A hat es jetzt nicht ganz gereicht? Oder sagst du, so ist halt der Lauf der Dinge aus jedem Altersjahr ergangen? Kann nun nicht jeder in die große Nationalmannschaft kommen? Ja, der Kader ist halt nur begrenzender. Also, das kann nicht jeder schaffen. Ich bin nicht traurig oder sowas, gar nicht. Das steht außer Frage. Also, ich bin eigentlich ziemlich glücklich, auch froh. Es war eine Riesen-Ehre, Teil dieses Projektes zu sein, die Jugend-Nationalmannschaft. Ich habe sehr, sehr schöne Dinge erlebt. Ich habe super nette Leute kennengelernt. Das hat mich in meiner Jugend sehr geprägt. Und auch sehr, sehr weitergeholfen. was jetzt das Fußballerische angeht. Ich denke, das war auch einer der Gründe, warum ich jetzt die Ehre habe, Fußball als meinen Job nennen zu dürfen. Das dürfen auch nur ganz wenige. Das sollte man nicht vergessen. Und deswegen bin ich da gar nicht so wehleidig oder sowas. Es ist einfach der Lauf der Dinge. Manchmal im Fußball sind es einfach Entscheidungen, die man trifft, Wechsel, die man macht. Oder es sind einfach die Leute, denen man begegnet. Es ist oft nicht nur Talent. Es ist auch ein Stück weit sehr, sehr viel Glück. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem, wie es läuft. Und du bist quasi der Spaßvogel oder Sunnyboy. Musst du denn unter deinen Späßen hier in Dresden schon einer regelrecht leiden? Nein, ich bin noch relativ ruhig. Also ich, das sind immer Sachen, die passieren spontan oder sowas. Das sind spontane Einfälle. Ich versuche immer für gute Stimmung zu sorgen, klar. Das ist auch ganz wichtig. Jeder spielt Fußball, weil es Spaß macht. Und nicht, weil es ein Muss ist oder sowas. Deswegen ist Spaß ganz, ganz wichtig. Sollte man auch nie vergessen. Bei aller Ernsthaftigkeit auf jeden Fall. Aber darunter leiden musste noch keiner. Also nein. Aber Matthew Lecky, dein ehemaliger Frankfurter Teamkollege, musste quasi schon in Anführungszeichen darunter leiden. Wie kommt man denn auf die Idee, seinem Mitspieler das Auto bunt anzumalen? Ja, ich habe von einer Freundin von mir, die hat mir diese Farbe gezeigt, weil sie künstlerisch aktiv war und hat gesagt, das sieht aus wie Graffiti, aber kann man leicht abmachen. Ja, und dann war halt in meinen Köpfen so direkt, komm, sprühe ich mal das Auto von einem Teamkollegen an und schaue mal auf die Reaktion. Die Reaktion war erst nicht so positiv. Er wusste aber direkt, dass ich es war. Er kam direkt zu mir und meinte so, okay, wie machen wir das jetzt? Und dann habe ich ihm halt die Autowäsche bezahlt, das ist natürlich klar. Aber es war echt witzig. Also für die Kameraden war es auch ein Highlight an dem Tag und Matthew hat Spaß gemacht, definitiv. Ja, ich bin mal gespannt, wer dann hier in Dresden unter solchen Scherzen leiden muss oder seinen Spaß dran hat. Du bist ja portugiesischer Abstammung. Deine Eltern sind vor 40 Jahren hier nach Deutschland gekommen. Führst du dich, du bist ja hier in Deutschland groß geworden, nun mehr als Portugieser oder mehr als Deutscher? Ich glaube, ich habe ein bisschen was von beidem. Also ich glaube, ich... Was ist das Deutsche, was ist das Portugiesische? Ich glaube, ich habe so deutsche Tugenden auf jeden Fall. Dadurch, dass ich ja hier aufgewachsen bin und die ganzen Nationalmannschaften auch mit gemacht habe, da wird man ja immer wieder mit den Tugenden konfrontiert. Ja, die ganzen Sachen wie Pünktlichkeit und auch mal gewisse Ernsthaftigkeit oder sowas. Klar, südländische würde ich sagen, die Lockerheit in gewissen Situationen, dass ich mich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lasse und dass ich offen bin für jeden Quatsch. Ja, ohne jetzt irgendwie die deutsche Mentalität ein bisschen stur und strikt darzulegen. Das will ich nicht machen. Aber ich glaube, dass da eine gute Mischung herrscht bei mir. Ist Portugal, wenn es in den Urlaub geht, dein Urlaubsland Nummer eins dann automatisch? Dadurch, dass ich Familie da habe, ist es definitiv ein Urlaubsland, was ich gerne besuche, weil ich gerne Zeit mit meinen Großeltern verbringe. Der eine Teil lebt auch ganz schön am Strand. Das ist immer wieder schön. Und selbst der andere Teil spielt eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben, klar. Deswegen versuche ich jeden Sommer, soweit es geht, ein paar Tage rüber zu fliegen und hallo zu sein. Ist diese südeuropäische Kost dann auch deine Leibspeise? Kommen die so deinem Magenempfinden am nächsten? Ich muss ehrlicherweise sagen, dass meine Großeltern mich ziemlich deutsch finden. Ich war so als Kind quasi der kleine Außenseiter. Das fängt ja schon mit meinem Vornamen an, den meine Eltern für mich dankensweise gewählt haben. Deswegen haben die immer versucht, für mich irgendwie immer das spezielle Essen, so dieses Schnitzel, Doi, Pommes und sowas, das haben die immer für mich gemacht als Kind. Aber jetzt mittlerweile haben die realisiert, dass ich eigentlich doch Portugiesisch sprechen kann und verstehe und dass ich mich mit der Kultur eigentlich sehr, sehr identifiziere. Deswegen, man kommt jetzt auch langsam so das traditionellere Essen. Aber es schmeckt mir sehr. Wie sagt man so schön? Bei Mama ist es sich am besten und bei der Großmama ist es sich noch besser. Die anderen sportlichen Aktivitäten sind bei dir Longboardfahren und Squatspielen. Squatspielen immer noch? Ja, Squatspielen gefällt mir sehr. Das habe ich eine Zeit lang mit Freunden gemacht. Da ging es richtig zur Sache in der Halle. In meinem Freundeskreis habe ich sehr, sehr ehrgeizige Typen drin. Es ist zum Beispiel ein Schwimmer und mit dem spiele ich ganz gerne, weil wir uns da gegenseitig in die Wände reinfetzen und es macht immer wieder Spaß. Ja, Longboardfahren bin ich vor, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren oder so zugekommen. Ich habe es einfach gesehen und dachte mir, das wäre da was für mich. Und die Spritpreise sind ja auch nicht ohne mittlerweile. Deswegen fahre ich damit auch ganz gerne mal zum Training. Man muss selbst als Fußballer auch mal schauen, wo man bleibt. Definitiv. Was uns unterscheidet, ist der Haar und der Bartwuchs. Deshalb, nass oder trocken, Rasierer? Haarschneidemaschine. Haarschneidemaschine, auch für den Bart? Auch für den Bart, ja. Also ich stutze den nur. Ganz ab hatte ich den schon seit Jahren nicht mehr. Ich weiß nicht, das ist so einfach, ich nenne es immer wieder gerne den Used Look. Das ist einfach so, ich glaube, darauf stehen die Frauen. Wenn es ein bisschen verbraucht aussieht, nein, Quatsch. 18 bis 45 sage ich nur. Genau. Richtig. Das hat ja der Benni erzählt in eurem gemeinsamen Video, dass du quasi früh den Bart abhast und er abends dann wieder voll ist. Also dass du da wirklich gute Gene hast. Du solltest mir da vielleicht mal ein paar abgeben. Aber das hilft nicht mehr. Da ist schon hoffentlich meistens geworden. Ja, denke ich mal. Wir wollen zum Abschluss noch so, haben wir so vier, fünf Sätze vorbereitet und wäre schön, wenn du die dann vervollständigen könntest, um noch so ein bisschen was von dir kennenzulernen. Mein aktueller Handy-Klingelton ist gerade? Ernsthaft jetzt? Ja, natürlich. Also ich habe, das Ding ist, ich habe noch ein anderes Handy, ein älteres Handy, falls mal frühere Leute anrufen. Falls die Frauen zwischen 18 Minuten. Nee, Quatsch, so ist es nicht bei mir. Nein, es ist einfach nur eine alte Nummer und falls mich noch jemand erreichen möchte, ist sie da. Auf meinem normalen Handy ist ein ganz normaler Klingelton, auf dem alten Handy. Ich hoffe, das darf ich sagen. Ich habe das von Toonahalfman, da gibt es so eine Folge, da wird Jake angerufen und da kommt der Klingelton, diese Scheiße, die ganze Nacht und das habe ich aus Spaß einfach auf meinem Handy, weil ich es einfach immer rand lustig finde. Ich hoffe, das müssen wir jetzt schneiden, ne? Ich hoffe nicht, aber es ist ein interessanter Klingelton. Aber das Handy ist nicht mehr so aktiv. Nein. Gut, jetzt wird es schwierig, das Ganze hier fortzusetzen, um das noch zu toppen. Ich mache erst mal einen anderen Spruch, den nächsten möchte ich dann nicht gleich sofort bringen. Als Hobbykoch bin ich... Gut. Jamie Oliver, würde ich sagen. Also so gut bin ich. Nein, Quatsch. Ich habe zwei Kochbücher von ihm und ich versuche es irgendwie nachzumachen. Deswegen würde ich sagen, eine ganz, ganz schlechte Kopie. Okay. Was kannst du auf jeden Fall, also das erste Essen für die Frau zwischen 18 und 45 wird, was du bei dir präsentieren wirst? Also bei mir ist es... Das mit 18 und 45 werde ich einfach nicht los. Nein. Nicht mehr in diesem Leben. Nee. Habe ich gemerkt. Bei mir ist es eher so, dass das Auge isst mit. Ja, das Auge isst mit. Grammatikalisch sehr, sehr gut. Danke, Deutsch-LK. Nur mal ein Gruß an meine Lehrer. Ja, das Auge ist halt einfach mit. Deswegen wird es wahrscheinlich ein ganz einfaches Gericht sein mit ein bisschen Pasta und ein paar Putenstreifen und sowas. Aber es wird halt ganz, ganz schön hergerichtet. Toll. Der schönste Platz in Dresden ist aktuell für mich? Da ich Südtiener bin, liebe ich das Wasser. Deswegen würde ich Elbufer sagen. Das ist auch eine schöne Longboard-Strecke, die man dann mit dem schönen Blick auf die ganzen alten Gebäude und sowas schön genießen kann. Das ist für mich aktuell einfach schön zu Platz. Sollte ich gegen Schalke ein Tor schießen, werde ich... Du bist ja eigentlich als Torjäger bekannt. Definitiv, ja. Ich bin ein Riesentorjäger. Was werde ich da machen? Spider-Man-Maske rausholen. Mich freuen wie ein Kind, was Schokolade sieht. Sehr schön. Soziale Netzwerke sind für mich? Relativ, weiß ich nicht, uninteressant. Also ich bin, was die sozialen Netzwerke angeht, nicht so aktiv. Also klar, ein bisschen jung bin ich ja und da wird man ja in sowas irgendwie reingesteuert. Aber ich bin jetzt nicht so krass aktiv. Also ich bin ja zum Beispiel, wenn man es sagen darf, ich bin jetzt bei Facebook vielleicht einmal am Tag online, das für ein paar Minuten, um mir die ganzen Quatsch-Videos von meinen Freunden anzuschauen. Also ich bin jetzt nicht so quasi 24 Stunden online oder so. Wenn Helene Fischer läuft, mache ich? Das Radio aus. Okay. Sollte Dynamo mit mir in den nächsten zwei Jahren aufsteigen, werde ich? Mich freuen wie ein Schneekönig. Klar, das ist unser Ziel. Werde ich Party machen mit den Fans. Ich glaube, die Fans würden sich tierisch drauf freuen. Partys in Dresden sind immer was Besonderes. Aber was auch was Besonderes war, war das Interview mit dir. Nils, das hat großen Spaß gemacht. Und wir haben wieder ein bisschen was kennengelernt. Ich fange jetzt nicht nochmal mit der Frauennummer an. Aber wie gesagt, ihr solltet drüber nachdenken. Du und Benni, ob ihr nicht wirklich mal was in Sachen Entertainment macht. Denn das war wirklich schön anzuschauen. Den Verweis kann ich noch machen. Die Kollegen von Dynamo TV hatten mit euch beiden das Interview gemacht. Wer sich das noch nicht angeschaut hat, kann das gerne auf der Dynamo Homepage tun. Deshalb darauf aufbauend haben wir ja heute auch so ein bisschen das Interview getan. Nils, schönen Tag und vielen Dank und viel Erfolg für das Spiel gegen Schalke 04 für die Saison in der dritten Liga. Und macht uns weiterhin so viel Freude. Werden wir versuchen, klar. Dankeschön.